um so willkommen zurück Wer auch immer noch alles da ist und wer auch den Stream den Stream gefunden hat, sei gegrüßt. Und weiter geht's. Im 24-Stunden-Marathon der Let's Play Live Show. Ich hoffe natürlich, dass es auch bei der Playstation gleich funktioniert. Bin mir nämlich da noch gar nicht sicher. So, ah, ist das schön entspannt hier auf der Couch. Oh, ich muss mal eben... Oh, 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 lalalalalala. Ähm. So. Ich muss das nämlich leider ausmachen, die Musik. Konsuma, bist du noch da? Achso, okay. Ja, ich muss die Musik leider ausmachen bei GTA. Weil das lizenzierte Musik ist und ich die natürlich nicht spielen darf. Aber jetzt kann ich hier mal schön die Füße hochlegen. Bitte. Ich hab... Ja, ich hab ne Maske auf. Und warum liegt hier Stroh rum? So. So. Okay. Na, das war so klar. Das ist... Und es ist nämlich gerade erst ein Zuschauer, das willst du wahrscheinlich mit dem Handy sein oder sowas. Na. Ja. So. Super Wetterchen. Oh, Playstation. Aber was zeig ich da an? Übertragung beendet oder funktioniert? Oh, geil. Cool. Ja, super. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Ich hab's mal ein wenig gemütlicher gemacht. Hier auf der Couch, auf dem Sofa. Ihr seht's. Ein wesen... Äh, ein wesentlich... Äh, wesentlich angenehmer. Und die Lobby scheint... Ja, 13... 14 Leute sind in der Lobby drin. Und, äh... Ja, wir werden mal ein wenig hier rumcruisen. Du! Guck mal her. Du Lümmel. So. Ja, das ist mein... Mein Cabrio. Mein Ferrari Cabrio. Gizmo. Du Lümmel. So. Lass uns ein USB-Kabel weggehen. Komm her. Komm her. So, was machen wir denn schön? Ich bin kurz noch... Äh, äh, äh. Kurz noch überlegen, was wir schönes treiben. Wir können ja mal ein paar Leute aufscheuchen, die unterwiesen hier in der City. So. Nicht wundern, dass die Musik aus ist. Wie gesagt, ich, äh, 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 die lizenzierte Musik halt, ne? Wegen lizenzierter Musik und halt, dass man die nicht spielen darf. Das ist, glaube ich, das kann jedem bewusst sein. Da hinten... Die von GTA, ja, 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 ja. Ja, weil das, weil das, äh, urheberrecht geschützte Musik ist, ne? Und da müsste man zum Beispiel erst die ganzen Künstler... Da müsste man zum Beispiel erst die ganzen Künstler fragen, ne? Ob man die... Ja. Um die Erlaubnis fragen. Hey, darf ich ihm mal meine neue Sportart zeigen? Ich will ihm gerne meine neue Sportart zeigen. Hallo! Komm, meine neue Sportart! Oh! Oh! Guck mal, Sport! Sport ist Mord! So. Hey! Hey, der hat 150 Dollar bei sich. Cool. Erstmal wegfahren. La, 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 la! Ciao! Wuhu! Bitte? Genau. Guck mal, da steht er wieder. Oh! Entschuldigung! So, wen haben wir denn noch hier? Wir haben noch, äh, hier rechts ist noch jemand. Da ist noch jemand. Schauen wir mal, wo der... Steht der da rum irgendwo, oder? Ja, der steht... Der sitzt da, glaube ich, im Auto, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ah, der sitzt hier im Auto drin. Das ist sein Auto. Wir müssen natürlich ganz schön vorsichtig sein, dass wir hier nicht... Ich park mal mein Auto hier. Dass wir hier nicht erledigt werden. Ist der weg jetzt, der Typ? Nee. Hä? Aber sein Auto steht hier noch. Sein Punkt ist nicht hier, aber sein Auto steht hier noch. Ist ja komisch. Kann ich damit fahren? Das ist nicht mein Auto. Okay. Wenn das nicht mein Auto ist, ist mir das egal. Muss das ein bisschen ausgebeult werden. So. Die Reparaturkosten müssen ein bisschen steigen. Ne? Bin stinkig, bin stinkig auf sowas. Jetzt kommt die... Jetzt kommt die Bullerei auch schon irgendwie. Das ist... Ich... Ich verstehe das einfach nicht. Das ist... So. So. Erst mal alles kaputt zertrümmern hier. An der scheiß Pisskarre. Huch. So. Immer druff da auf die Kackkarre. Mann. Diese scheiß Karre. Ich bin ja schon so gut wie weg. Ich bin schon so gut wie weg. Ich... Ja. Ich... Oh. Die schießen mir einfach mal die... Die Rückscheibenwerfer kaputt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Fuck. Fuck. Erst mal weg hier. Uah. Die sind ja schon hinter uns. Uah. Okay. Ja. Ich hoffe, das hat wirklich geklappt mit dem... Mit dem Spiel wechseln hier und dem Stream. Weil momentan sieht es echt mager aus. Ich weiß gar nicht, ob die... Nee. Ich glaube nicht. Also das waren... Ja gut. Das kann natürlich auch sein, dass die Leute eingeschlafen haben. Jetzt gar nicht... Dass sie den Stream laufen gelassen haben. Haben es gar nicht mitbekommen, dass das Spiel gewechselt hat. Das kann natürlich sein. Aber es waren echt... Das waren 33 Leute, ne? Über 33 Leute waren es gewesen. Kann ich mir echt schwer vorstellen. Das ist doch... Wirklich alle waren. Cool, dass du wieder da bist. Leider ist... Äh... Mein Laptop-Akku fast am Ende. Also muss ich für eine Weile weg. War cool, dich heute zu beobachten. Beim... Cool... Das war... Okay. Ja, super. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns später. Freut mich doch, dass es Spaß macht. Das hört man gerne. So. Jetzt werden schon so langsam wieder mehr. Ich muss mal eben ganz schnell... Oha, hoch. So. Muss mal eben kurz. Das habe ich ganz vergessen. Meine Katze darf nämlich nicht auf den Stuhl. Sonst macht die nämlich meinen Stuhl kaputt. Und der war zu teuer. Dass er kaputt geht. Ne? So. Dafür war der Stuhl einfach zu teuer, ne Gizmo? So. Also, weiter geht's. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, beim Spielen hoffe ich. Wir sehen uns, äh, wieder. Viel Spaß bei GTA. Jo. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Denn bis 20 Uhr... ...spiele ich ja heute. Also... ...deutschlandmäßig von der Zeit her. 20 Uhr. Also 8 Uhr. GTA! Jo. So. Ich weiß gar nicht, wie die Streamqualität gerade ist. So bei GTA. Ob die okay ist oder... ...total miserabel. Hier ist er laden, ne? Ja, immer für eine perfekte Flucht sorgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben GTA noch gar nicht zusammengezockt, du Nase. Ja. Weil ich erstens dazu gar nicht komme. Ne? Weil ich viel Humor habe. Und zweitens... ...mich andere Spiele momentan... ...mehr interessieren, wie GTA. Los! Gib die Kohle! Gib die Kohle her! Kohle her! Gib die scheiß fucking Kohle her! Mann, du! Los! Will er mich verarschen? Alter, schießt der auf mich. Der muss sterben. Der muss sterben. Wo ist er? Wo ist er? Ach, scheiße. Der hat zugemacht. Fucker, der. Oh, oh. Oh, 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 oh. Screw you! Screw you! Okay. Ist jetzt, äh... 1,29 hier, aber ich bin noch eine Weile wach. Und nur das... Okay, den Akku noch hochbringen. Ja. Ja, genau. Ich habe eine Affenmaske auf. Genau. So. So. Wiii! Hihii! Planet der Affenrevolution. Giovannimo! Wuhu! So, geparkt. Höhöhöhöhöh. Äh, wie war das nochmal? Ganz lässig. Hm, äh, äh, äh. Zack. Oder vielleicht so nochmal? Zack, so. Äh, bist du in einer... Mit wem bist du in einer Party? Mit Consumer? Ist noch in einer Party. So. Genau. So, werden wir mal eben das Geld einzahlen, weil sonst stehe ich da wirklich auf dem Schlauch. Dass mir irgendwann die Cola-Panden kommt. Einzahlen. Alles. Ja, möchte ich so ins Menü gehen. So, zurück. Dann haben wir das auch. So, sehr schön. So, weiter geht's im 24-Stunden-Marathon. Jetzt mit GTA. Wir haben Resident Evil durch. Huch. Oh. Waaah. Oh, okay. Ich hab auch Sommerbetrieb umgestellt beim Auto. Da braucht man heutzutage keine Türen. Ja, das ist jetzt neu. Okay. So. So, bin pennen. Gute Nacht. Ja, mach's gut. Schlaf gut. Schön, dass du da warst an der Welt. Ja, ich hab grad gefragt, wer in der Party ist. Ich hab ne ganz tolle Idee. Wir machen einfach nur mal Blödsinn mit anderen Autos. Mal gucken, was man mit denen alles so machen kann. Komm, steig aus da. Schau mal mal, was wir so alles mit dem LKW reißen können. Ich lass mein Auto jetzt einfach mal hier stehen. Das ist jetzt egal. Kannst du den Ferrari mitnehmen? Kann man ein LKW fliegen? Wir werden's ausprobieren. Einfach mal jetzt. Was kann ich? Momentan kommt nichts an. Äh, Brainer. Hi, ich grüße dich. Brain, Brain Rex. Anni, Brain Rex. Brain Rex. Das ist, glaub ich, richtig ausgesprochen, ne? Brain Rex. Hi, willkommen zur Let's Play Live Show und zum, ja, 24 Stunden Marathon. Wir haben seit 8 Uhr vorhin Resident Evil gespielt, bis gerade. Also 10 Stunden haben wir hinter uns. Jetzt geht weiter mit GTA. Und ihr könnt weiter voten auf Let's Play Leerzeichen Live Show. Mit dem nächsten Spiel, was wir machen. Ich weiß noch gar nicht, wann ich switchen werde. So, kann da ein LKW fliegen? Wir testen das mal. Wee! Okay, uah. Okay. Vielleicht einloggen nochmal neu. Huch, was war das denn? Oh, das glaubt... Ich muss nochmal Schwung holen. Moment. Da bleibt er an so einem doofen Busch hängen. Das gibt's doch gar nicht. So, wir probieren das einfach mal aus jetzt hier. Wir schaffen das. So, jetzt aber. Der LKW quält sich da jetzt hoch. Das ist mir jetzt egal. Ich will das machen. Hallo. Fahr da hoch. Der soll doch hochfahren. Mann. Das schaffen wir. Das schaffen wir ganz locker. Schaffen wir da... Hallo? Nein, 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 nein. Was? So, jetzt aber. Das schaffen wir. Wir schaffen das da oben hoch, dass das geht, dass das funktioniert. Na, fährst du wohl da hoch? Dieser Scheiß. LKW, der fährt einfach nicht da hoch. Test, ah, jetzt, jetzt kam's. Jetzt kam's an. Gleich helfe ich noch an. Jetzt helfe ich noch gleich schieben. Mann, fahr einfach da. Das gibt's doch nicht, dieser verdammte LKW. Dann springen wir halt von hier runter. Ist mir doch egal. Ich komme. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, oh. Oh, oh, das geht nicht gut. Das geht gar nicht gut. Hallo zusammen. Uäh. Uäh. Oh. Ja. Juhu. So. Das haben wir hier. War eine Baustelle. Ist extra abgesperrt. So, Prost zusammen. Zum Wohle. Ich bin mal auf Wasser umgestiegen. Jetzt schnapp ich mir erstmal was Schnelleres. Hier stehen nämlich Autos. Mach's gut. Na ja gut, da hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Da unten joggen? Welche? Nein. Nimm deine Griffe weg, du dämlicher Affe. Okay. So. Jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas mit dem hier. Juhu. Da können wir mal ein bisschen Tempo gewinnen. Ein bisschen die Streamqualität. Konsumer. Okay. So. Okay. So, dann fahren wir mal. Bitte? Oh, das ist ja geil. Das ist natürlich supi. Das ist doch super, wenn du dann die Videos runterlädst und dann schneidest. Für den, für YouTube und so. Juhu. Oh, oh. In den Pisswasser-Lkw rein. Das gibt's doch nicht. Guck mal, hinten sieht aus, als ob da jetzt so ne, äh, als ob da so ein Bergekratz hätte am Kofferraum. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. So, äh. So. Lalalalalalalala. Komm, wir machen mal einen Auffahrunfall. Das war ein Auffahrunfall. Das war ein Auffahrunfall. Das ist, äh, bei Burnout würde das, glaub ich, anders aussehen. Was, 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 was? Ich glaub, ich hab ihn getroffen, aber er ist nicht tot. Na, ist aber egal. Der zeig mir einfach mit nem Stinkefinger. Ist denn sowas möglich? Der Sack, der. Ich hau den. War der nicht? Ne, da war der nicht, ne? Scheiße, der ist weg. Kacke. Scheiße, der fucker ist... An, geh weg. Oh, 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 oh. Hoa. Das ist taktisch sehr gefährlich, was ich hier tue gerade. Oh, Gott sei Dank. Hängen die Cops ab? Ich war doch gerade weg. Oh, komm. Das ist so leckerlich. Hey, was ist das für ein Auto? Okay. So, jetzt hab ich die Cops am Abgang gleich. Son of a bitch. So. Ja, son of a bitch. Sagt der gerade hier, der Typ hier gerade. Äh, schau. Warum? Hey, geil. Moment, ich muss eben das Wort A2... Das Fahrzeug, das Auto wechseln. Son of a bitch. Komm, mach fertig. Los, fahr. Wo, scheiß Bolle? Ich hab' ne viel bessere Idee. Ich hab' ne viel bessere Idee, wenn ich da mal... Komm, mach die Tür auf. Oh, Gott sei Dank. Ja, ja, Fahrzeuge reparieren. So. Da sind wir die Cops auch los. Aber die Fahrzeuge sind weg, die ich hier vermisse. Die hier gerade noch standen. Shit. So, misst aber auch. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen... bisschen rumfahren, um mich noch mal umgucken. So. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Weil ich warte hier gerade auf zwei wichtige... Ja, was heißt zwei wichtige Fahrzeuge? Ein Fahrzeug. Oh, da fährt jemand. Äh, was haben wir denn jetzt? Hier steht hier irgendwas? Nee, ist noch nichts gespawnt. Scheiße, fuck. Warum nennt der mich Asshole? Will er mich verarschen? Was mach ich denn? Ich fahr doch nur rum. So. Uah. Was, was, was? Achso. Hey, da ist noch mal ein Bagger. Ich seh grad einen Bagger da stehen. Guck mal. Kann man eigentlich hier die Anhänger von den Traktoren anhängen? Nee, ich glaube, das geht, glaube ich, nicht. Aber hier ist ein Raupenbagger. Juhu. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-ü-dü-dü-dü. Und der ist wahnsinnig schnell. Oh mein Gott, ist der schnell. Das ist ja unfassbar. Moment. Kann ich das Quad mitnehmen? Vielleicht. Ja, ich hab das Quad hier drin. Das ist super. So. Du, 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 du. Braucht jemand einen Quad? Hier ist ein Quad zu verkaufen. Hallo, ein Quad zu verkaufen? Ich hab einen Quad zu verkaufen. Braucht jemand einen Quad? Einen Quad zu verkaufen? Einen Quad zu verkaufen? Oh. Geh an die Seite da, Mann. Jetzt überfahre ich dich. Kann auch über die Autos drüber fahren. Dazu muss man immer nur ein bisschen nach unten drücken. Hier so wie den zum Beispiel. Der müsste bei dem müssen. Aber der haut. Ja, so geht das. Ja, so. So funktioniert das. Und hier vorne steht noch ein Radlader. Fahr doch nicht weg. Wo willst du hin? Ich glaube, da hinten steht... Bei dem müsste das aber funktionieren, oder? Nee. Was ist das? So, da fahren wir mal drüber. Vor allem, ich finde das eine faszinierende Kreuzung. Hier passiert immer irgendetwas. Hier passieren immer Unfälle und sowas. Reflex räumt auf mit dem Radlader. Das ist... Ich begatte gerade die Autos. So. Hallo. Okay. So. Fertig. So. So parkt man heutzutage. Das ist modern. Das ist neu. Jetzt fehlt mir gerade noch ein Fahrzeug. Ich schaue gerade mal, wo ich den finde. Da-da-da-da-dün.